Die DHV News vom 5. Februar 2021 Befangenheitsantrag gegen Richter Müller jetzt vor Landgericht USA. Demokraten wollen Cannabis landesweit legalisieren Herzlich willkommen bei den DHV News und vielen Dank für 175.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte des DHV-Kanals, dass ich die Nachricht, die nächsten 5.000 sind voll, innerhalb einer Woche hier bringen kann. Letzte Woche hatten wir die 170.000 gefeiert, jetzt 175.000. Großartig geht es vorwärts hier. Vielen Dank euch allen für den grandiosen Support. Letzte Woche habe ich gesagt, unsere ganzen alten Videos sind wieder online. Wir haben ja länger jetzt schon Probleme mit YouTube, dass sie uns irgendwelche Links zu quälen, aus den Videobeschreibungen rausstriken. Und ich dachte, ja, alles wieder in Ordnung jetzt erstmal. Ganz stimmt das nicht. Es sind zwar immer noch alle Videos da, wir haben immer noch keinen Strike. Aber letzte Woche haben sie uns dann gleich wieder sofort etliche Links aus den Videobeschreibungen rausgelöscht. Nur eben ohne Strike. Ja, also wir sind nach wie vor da, ungefährdet und so weiter im Moment. Aber trotzdem ist es natürlich nicht hinnehmbar, dass ständig Sachen gelöscht werden. Da sind wieder Links zu Fachartikeln dabei. Aber auch wieder einmal ein Link zu einer Tonspur derselben DHV-News-Sendung, der Podcast. Das Video selbst ist nicht beanstandet worden. Aber die Tonspur, ja, was auch immer sich der Bot von YouTube dabei denkt. Wir sind weiter mit denen, ja, am Kindergarten spielen, ja, Sandkastenspielchen machen. Aber im Moment sind wir auf jeden Fall weiter safe. Wer mehr wissen will, welche Links wo rausgeschossen worden sind, möge auf unserer Seite handverband.de nachschauen. Da habe ich ein Update zur YouTube-Zensur geschrieben. Schaut da rein. Trotzdem hat es irgendwie scheinbar einen Ruck gegeben. Ja, YouTube hat irgendwelche Bremsen gelöst. Wir haben wahnsinnig viele Zugriffe auf den Videos die letzten Wochen. Zwei Folgen haben es jetzt Richtung 200.000 Views geschafft. Und jemand hat auch geschrieben, wir wären in den Trends gewesen, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, ja. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir es jemals geschafft hätten. Also DHV in die Trends, wunderbar. Ja, News für jeden in Deutschland. Weiter so. Dann kommen wir zum großen Thema der Woche in Deutschland. Das ist wieder mal Richter Müller. Ich habe hier schon mehrfach berichtet, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt oder einen Befangenheitsantrag gegen Richter Andreas Müller in Bernau gestellt hat. Weil er eben so viel öffentlich seine Meinung kundtut, dass er gegen das Verbot von Cannabis ist für die Legalisierung. Dass er nicht gerne Leute verknackt deswegen. Und er hat ja auch wieder in Karlsruhe als Richter vorgelegt und gesagt, Karlsruhe, entscheid bitte nochmal. Ist das nicht verfassungsgericht mit dem Verbot von Cannabis? Das hat der Staatsanwaltschaft Frankfurt oder nicht gepasst, weil die haben halt manchmal Fälle, die dann da in Bernau verhandelt werden. Und sie haben keine Lust, dass die Leute, die sie da anklagen, nicht verknackt werden beim Richter Müller. Deswegen der Befangenheitsantrag. Anders als in manchen Medien geschrieben wird und das so die Runde macht. Es geht nicht darum, dass der gar nicht mehr zu Cannabis urteilen darf, Richter Müller. Es geht nur erstmal um den einen Fall, um den es da konkret geht. Nur wenn die durchkommen damit, können sie natürlich immer wieder einen Befangenheitsantrag stellen. Es geht übrigens auch nicht um die Richtervorlage in Karlsruhe. Auch die ist davon unberührt. Nur um das nochmal klarzustellen. Ein Skandal ist trotzdem eine Sache, wo man sagen muss, okay, da wird die Unabhängigkeit der Justiz angegriffen im Prinzip. Der darf eine Meinung dazu haben. Und ein Richter, der der Meinung ist, dass ein Gesetz, das er da anwenden soll, verfassungswidrig ist, da muss er sogar vorlegen an Karlsruhe. Dann darf er es gar nicht anwenden, ohne mal zu sagen, ihr könnt doch mal bitte überprüfen hier. Das ist aber nicht in Ordnung. Das muss er sogar machen. Insofern, ja, die machen trotzdem weiter. Die wollen es jetzt wissen. Die wollen den Fall nach oben treiben. Was nicht nur negative Seiten hat, weil dadurch natürlich Richter Müller die ganze Zeit in Medien rauf und runter diskutiert wird. Und die Legalisierung von Cannabis. Und das Ganze eben jetzt zum Beispiel auch im Landtag angekommen ist. Die linken Abgeordnete Marlene Block heißt sie. Mitglied im Landtag Brandenburg von den Linken. Die hat jetzt von der Justizministerin gefordert, ein klares Bekenntnisstatement zur Unabhängigkeit der Justiz. Und das Thema, was weiß diese Justizministerin von Brandenburg über den Fall, haben wir schon im Dezember aufgemacht. In unserer Pressemitteilung, wo wir gefragt haben, ja, weiß die was davon, die Justizministerin von diesem Antrag? Steht die dahinter? Hat sie es vielleicht sogar selber angestoßen? Ja, weil die Staatsanwälte sind nicht unabhängig. Die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden und oberster Dienstherr ist das Ministerium. Und der Fall Müller ist ja hochbrisant. Der ist ständig in Medien und so weiter. Die mussten damit rechnen, dass das hochkocht. Insofern gehe ich eigentlich davon aus, dass die Ministerin wusste von dem Verfahren und damit irgendwie auch mit dafür verantwortlich ist. Weil sie hätte es ja auch unterbinden können. Ja, es ist eine CDU-Ministerin, Justizministerin in Brandenburg. Okay, insofern riecht das unangenehm, ja, diese ganze Geschichte. Und da bin ich mal gespannt, ob dann jetzt da Medien vielleicht noch weiter nachbohren. Uns werden die wahrscheinlich die Frage nicht beantworten. Frau Ministerin, wussten Sie von diesem Befangenheitsantrag? Ansonsten bleibt es spannend. Mal sehen, was das Landgericht am Ende dazu sagt. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen, dass Richter Müller damit weiter in die Medien getrieben wird, sozusagen von der Staatsanwaltschaft. Und der Hashtag Richter Müller auf Twitter ständig in den Trends aufblitzt, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Guck mal in die USA. Zwei interessante Nachrichten haben wir da. Einmal aus Oregon, der US-Bundesstaat, hatte ja zusammen mit den Präsidentschaftswahlen die Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten beschlossen. Und das ist jetzt in Kraft getreten. Am 1. Februar, Montag, ging das los im Prinzip. Seitdem gilt, alle Drogenkonsumenten bis zu bestimmten Grenzen werden nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Da wird also keine Anzeige geschrieben oder so, sondern das ist ja vergleichsweise bei uns in Ordnungsfähigkeit. Die müssen 100 Dollar ein Bußgeld zahlen und das können sie vermeiden, wenn sie zur Drogenberatungsstelle gehen. Man rechnet also damit, dass da viele das gar nicht zahlen werden. Und die, die es können und die halt kein Problem haben mit Drogen, halt ab und zu konsumieren, die zahlen dann eben die 100 Dollar und dann ist gut. Sicherlich nicht perfekt, aber besser als vorher. Und das gilt für die verschiedenen Substanzen. Für den Besitz von bis zu 1 Gramm Heroin, 1 Gramm oder 5 Pillen MDMA, also der Ecstasy-Wirkstoff. 2 Gramm Methamphetamin, also Crystal. 40 Einheiten LSD. 12 Gramm Psilocybin. 40 Einheiten Methadon. 40 Pillen Oxycodon. Und 2 Gramm Kokain. Bis zu diesen Werten werden die Konsumenten im US-Stadt Oregon nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Und dann jetzt wieder zurück zu den Hanf-Geschichten. Ihr wundert euch, manche von euch wollen davon gar nichts hören, von den anderen Drogen. Ja, aber auch da tut sich was in den USA. Seit die Demokraten die Mehrheit im Senat erobert haben, in der anderen Parlamentskammer im Haus, haben sie die Mehrheit ja schon. Den Präsidenten haben sie jetzt und die Mehrheit im Senat. Da war zu erwarten und zu hoffen, dass es jetzt auch bei Cannabis mächtig vorwärts geht. Und das geht schneller als ich dachte. Sie haben nämlich jetzt schon angekündigt, dass sie an einem Gesetzentwurf arbeiten, der die Legalisierung auf Bundesebene vorantreiben soll. Also auch hochrangige Demokraten, nicht nur so ein paar Einzelne, die da so eine Initiative versuchen voranzutreiben. Sondern es klingt schon sehr nach einer abgestimmten Angelegenheit. Ich glaube auch nicht, dass Joe Biden da nicht involviert war, wenn so hochrangige Demokraten sowas so vollmundig ankündigen. Und die sagen auch, sie wollen auch besonderen Wert darauf legen, die Communities zu entschädigen, die besonders unter dem Verbot gelitten haben vorher. Also es klingt alles sehr vielversprechend. Und ganz sicher bin ich mir aber noch nicht, wenn ich die Nachrichten sehe, ob das dann wirklich für alle US-Bundesstaaten gilt. Also quasi ein Verbot, Cannabis zu verbieten oder ob einfach nur der Spieß umgedreht wird. Weil den Beschluss haben sie letztes Jahr historischerweise im Haus schon gefällt, dass sie gesagt haben, okay, auf Bundesebene ist Cannabis nicht mehr verboten, wird nicht mehr durchgesetzt in den einzelnen Staaten. Haben die ja zuletzt auch nicht gemacht, aber hätten sie theoretisch machen können nach Bundesgesetz. Jetzt die einzelnen Staaten wieder zurückdrehen und sagen, ey, jetzt hört mal auf damit, Cannabis ist verboten, ihr dürft gar nicht legalisieren. Der Bundesebene hat die Staaten machen lassen, aber das wäre jetzt damit glattgezogen. Dann dürfen auch die Banken zum Beispiel Geld annehmen von diesen Businesses. Also es kann sein, dass nur der Spieß umgedreht wird, dass die Staaten nichts mehr vorgeschrieben kriegen, aber noch Cannabis verbieten dürfen, wenn sie wollen. Dann müssen die eigene Verbotsgesetze machen. So ähnlich war das übrigens auch nach dem Ende der Alkoholprohibition vor jetzt 100 Jahren ungefähr. Da war auch nicht sofort überall Alkohol erlaubt, sondern es gab noch einzelne Bundesstaaten, ziemlich lange sogar, wo dann Alkohol immer noch verboten war. So oder so, da steht ein Riesendurchbruch an und die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre mehr oder weniger das Thema Cannabisverbot in den ganzen USA erledigt ist, die steigt, die Wahrscheinlichkeit. Das ist eine große Sache, da werden wir viel zu erzählen haben hier in den nächsten zwei Jahren. Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen. Link in der Infobox. Am ganz anderen Ende der Fahnenstange gucken wir nach Tunesien. Da sind drei junge Menschen verurteilt worden vor Gericht zu je 30 Jahren Haftstrafe, weil sie auf einem Sportplatz Cannabis konsumiert haben. In den Artikeln ist gar nicht die Rede davon, dass sie irgendwas besessen haben. Ja, weiß nicht, ob die 2 oder 10 Gramm. Darum geht es gar nicht. Der Konsum ist verboten. Und der Konsum auf öffentlichen Plätzen ist mega verboten. Also einmal kiffen auf dem Sportplatz, zack. Ja, mehr oder weniger das ganze Leben im Knast. Das hat natürlich für viel Aufsehen, Aufregung gesorgt in sozialen Medien. Und auch Amnesty International ist da rangegangen und hat die ganze Geschichte kritisiert. Jetzt kommt noch ein bisschen Wissenschaft. Und zwar einmal geht es um CBD. Und, ja, ich fange an mit Stiftung Warentest. Wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen. Stiftung Warentest hat sich mit diversen CBD-Produkten beschäftigt. Und hat das ganz schlecht beurteilt, weil sie sagen, ja, diese Sache mit der medizinischen Nutzung ist ja gar nicht richtig ausgeforscht. Wie das so ist bei natürlichen Arzneimitteln, werden natürlich keine pharmakologischen Doppelblindstudien, bla, 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 gemacht, weil die Pharmakonzerne nichts davon haben, können sie nicht patentieren. Deswegen gibt es ja so ein Spezialgesetz für Cannabis-Medizin, weil eben auf normalem Weg diese Forschungskosten niemand tragen will. Und trotzdem wissen wir, es funktioniert. Ja, und so ist es ja auch bei CBD. Insofern ist der ganze, falls ihr da irgendwas von mitgekriegt habt, Stiftung Warentest, ja, die berufen sich im Wesentlichen darauf, ist als Blödsinn. Es gibt jede Menge Hinweise dafür, dass Cannabis und CBD medizinische Wirkungen hat. Nur eben nicht die pharmakologischen Studien, auf die sich da im Prinzip Stiftung Warentest bezieht. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man den Newsletter der IACM durchliest, die Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedizin oder Medikamente, IACM. Die haben einen Newsletter, der ist ganz toll, der kommt regelmäßig, lese ich seit 100 Jahren. Und jede Woche sind Beispiele drin, wie Cannabis hilft, wie CBD hilft. Nie pharmakologisch große Studien, wie die üblich sind bei Arzneimitteln. Aber jede Menge Hinweise, Fallbeispiele und so weiter und so fort. Kleinere Studien mit weniger Teilnehmern und so weiter. Sehr viele positive Erkenntnisse. Und ein Beispiel dafür, nochmal konkreter, ist jetzt ganz aktuell, kommt aus Kärnten, Österreich. Da hat nämlich in einer Klinik wurde CBD bei Covid-19-Patienten ausprobiert. CBD hat grundsätzlich auch nachgewiesen entzündungshemmende Wirkungen. Und ja, da haben die einfach mal gnadenlos ausprobiert. Ja, auch ohne Doppel-Blind-Blabla-Studie. Und siehe da, es hat geholfen. Das Immunsystem wurde gestärkt, offensichtlich bei den Patienten, sagt da der Intensivmediziner. Die Daten sind noch nicht ganz fertig ausgewertet, aber schon jetzt verkündet das Krankenhaus, dass im Vergleich zur Vergleichsgruppe, also ohne CBD-Behandlung, sind die Entzündungswerte im Blut schneller zurückgegangen und die Leute konnten schneller das Krankenhaus verlassen. Also bei so wenig Medikamenten, die wir gegen Covid haben, ein hervorragendes Ergebnis offensichtlich soweit. Relativ wenig Beachtung gefunden bisher in Medien. Muss natürlich auch weiter geforscht werden. Man kann jetzt nicht sagen, okay, kiffst du halt, ist Corona wieder weg. Ja, das funktioniert garantiert nicht. Also passt weiter auf euch auf, Abstand halten und so. Aber auf jeden Fall interessante Nachricht. Dann haben wir nochmal eine Umfrage vom Center for Drug Research in Frankfurt am Main. Die haben letztes Jahr schon mal eine Umfrage gemacht zur Veränderung des Cannabiskonsums in Corona-Zeiten. Und die wird jetzt nochmal verlängert. Und da sind alle aufgerufen, mitzumachen an der Umfrage, die zumindest gelegentlich ab und zu mal nicht medizinisch Cannabis konsumieren. Also nicht die Patienten, die nach Rezept und aus der Apotheke konsumieren, sondern alle anderen Cannabiskonsumenten mögen doch bitte daran teilnehmen. Auch die, die letztes Jahr schon mal mitgemacht haben, können jetzt mal anschlussmäßig die Befragung mitmachen. Und das Ganze ist absolut anonym und vertrauenswürdig. Ja, da geleitet wird das Ganze von Bernd Verse, der unter anderem auch Vorsitzender vom Schildauer Kreis ist. Insofern, ja, lege ich Hand für ins Feuer. Ist seriös. Er wird euch nicht verpfeifen, der Mann. Könnt ihr teilnehmen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn wir gerade in Frankfurt sind, letzte Nachricht, bevor ich dann gleich weiter muss zum nächsten Termin. Die Stadt Frankfurt hat sich immer schon als drogenpolitischer Vorreiter verstanden. Und es gibt auch schon länger einen Beschluss und Bemühungen dazu, das Thema Cannabis als Medizin vorwärts zu bringen, die Hürden da ein bisschen aus dem Weg zu räumen und so weiter. Und jetzt bietet die Stadt Fortbildungskurse für Ärzte an. Also direkt von der Stadt aus, vom Gesundheitsamt aus, vom Drogenreferat, die haben das organisiert und bieten Ärzten jetzt da entsprechend Referenten an, eben Fortbildungstermine. Ja, das wirklich, ich glaube sogar, das Einzige, was mir bekannt ist, wo die Stadt selber sowas organisiert hat und nicht irgendwelche Pharmaunternehmen oder Vereine und so weiter. Ärztekammer machen natürlich viel in die Richtung. Aber dass die Stadt selber im Prinzip solche Kurse anbietet, Wenn ihr euch eine andere Stadt bekannt ist, wenn ich irgendwas vergessen habe, immer in die Kommentare schreiben. Ist auf jeden Fall was Besonderes. Daumen hoch nach Frankfurt. Da sind sie mal wieder. Drogenkultische Vorreiter. Damit bin ich bei den Terminen, lauter Ausgruppentermine wieder. In Regensburg trifft sich die Gruppe des DHV online am Sonntag, den 7. Februar. Überhaupt natürlich coronamäßig alles Online-Termine. In Bochum trifft sich die Gruppe am 9. Februar. Hamburg macht wieder Klönschnack am 9. Februar. München, offenes Treffen der Gruppe am 16. Februar. Und nochmal 16. Februar, nochmal Hamburg, nochmal Klönschnack. Und das war es für heute. Liked dieses Videos, guckt es fünfmal, bringt es in die Trends. Keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt. Ihr habt es geschafft, die DHV-News in die Trends zu bringen. Nochmal machen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend. Bis zum nächsten Mal.